Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, liebe junge Kolleginnen und Kollegen, im Jahr 1623 hat Galileo Galilei sein Buch der Goldwäger geschrieben. Darin steht der berühmte Satz Natura squita in lingua mathematica zu Deutsch. Die Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Und es geht dann sinngemäß so weiter, dass er sagt, die Buchstaben dieser Sprache sind die Zeichen und Zahlen der Mathematik. Und wer diese nicht versteht, der hat nicht die Spur einer Chance, das zu verstehen, was wir heutigen die Physik nennen. Wir alle, die wir Physiker geworden sind, können uns lebhaft erinnern, wie mühsam, ich traue mich sogar zu sagen, für den einen oder anderen qualvoll, es war, sich in diese Welt hineinzudenken und zu lernen, sie zu handhaben, wobei die Mathematik keineswegs darauf reduziert ist, etwa nur eine Hilfswissenschaft zu sein, wie manche denken, mit deren Hilfe man die Protokolle physikalischer Experimente auswertet. Sie ist neben dem Experiment eine gleichmächtige und gleichbedeutende, ebenwürdige Methode, derer sich die Physiker bedienen. Mit anderen Worten, wenn Sie sich entschließen, Physik zu studieren, dann müssen Sie wissen, dass Sie in einem großen Umfang die Mathematik mitstudieren. Das ist beinahe nicht der Rede wert, gäbe es nicht Lehrplanmacher für die Schulen und Leute, die die Didaktik auf ihre Fahnen geschrieben haben und die unsägliche Forderung erheben, man möge den Physikunterricht entmathematisieren. Das ist leider in großem Maße geschehen, so als ob wir es je übertrieben hätten, was das betrifft. Eigentlich müsste doch die Schule auch ein realistisches Bild davon geben, was eine Wissenschaft ist, die dort in ihren Anfängen gelehrt wird und was Studenten, die tiefer eindringen wollen, dereinst erwartet. Da das zu unserem Bedauern immer weniger der Fall ist, ist es ein Motiv unter vielen, den Schülerinnen und Schülern oder sagen wir ruhig schon Studentinnen und Studenten zu helfen. Beim Übergang von der Schule zur Hochschule ein klares Bild davon zu haben, was es bedeutet, Physik zu studieren und auch schon ein wenig zu lernen, die dafür nötige Mathematik in dem Maße wenigstens zur Hand haben, wie es für das Verständnis der Einführungsvorlesungen der Physik notwendig ist. Das hat zu den Mathematik-Vorkursen geführt, die in Jena zum Beispiel schon im Jahre 1997 eingeführt worden sind. Wir haben also über 20 Jahre Erfahrung, die zum großen Teil eben auch die konstruktive Kritik unserer vielen Studenten einschließt. Nun haben wir uns entschlossen, diesen Vorkurs auch digital aufzuzeichnen. Ich gebe gern zu, dass ich mich wohler fühle an der Tafel mit einem Stück Weide in der Hand, wenn ich den Studenten ins Antlitz blicken kann, als wenn ich in diese Kamera schauen muss, die mir nicht zurückschaut und mir nichts sagt. Aber die digitalen Methoden haben ihre Vor- und Nachteile und wir wollen hoffen, dass uns nicht noch einmal wie in Zeiten der Covid-19-Pandemie ein Lockdown zwingt, uns ganz auf diese Methoden zu beschränken. Wenn aber doch, dann sind sie die zweitbeste Wahl und die beste ist doch immer, von Angesicht zu Angesicht mit lebendigen Menschen gemeinsam und von ihnen zu lernen. Oder wie ein großer unseres Fachs, Werner Heisenberg sagt, in seiner Autobiografie, Wissenschaft entsteht im Gespräch. Und zwar im Gespräch von Mensch zu Mensch und nicht von Mensch zu Kamera. Aber dennoch. Ich möchte Ihnen gern sagen, an wen wir uns wenden und wie Sie diese Kurse vielleicht absolvieren können, wenn Sie das wollen. Wir denken in erster Linie an zukünftige oder junge Physikstudenten. Wir denken aber auch, dass vielleicht für den einen oder die andere, die sich mit dem Gedanken tragen, Physik studieren zu wollen, schon am Ende der Schulzeit ein Blick in dieses Material sinnvoll sein kann. Wir denken auch an die Studenten der Ingenieurwissenschaften und nicht zuletzt an Lehramtsstudenten, die, wenn sie als Kombinationsfach zur Physik nicht die Mathematik gewählt haben, ich halte das nicht für eine kluge Entscheidung, aber sie findet massenweise statt, dann eben doch ein Minimum brauchen. Und was wir in diesen Videos präsentieren, ist nicht dieses Minimum, sondern aber ein Teil dieses Minimums. Die erste Aufforderung ist, wenn Sie sich diese Videos anschauen und sie tatsächlich zum Lernen benutzen wollen, dann müssen Sie das aktiv tun. Sie müssen nicht nur mitdenken, sondern Sie sollten mit einem Blatt Papier und einem Bleistift bewaffnet auch mit rechnen und sich aktiv mit diesem Stoff auseinandersetzen. Wir meinen auch, dass diese große Sequenz von Videos sinnvoll sein kann, selbst wenn die hoffentlich dauerhaft eintrittende Situation wieder stattfindet, dass Sie im Hörsaal lernen, gemeinsam mit den anderen. Ich hatte jedenfalls immer das Bedürfnis, einmal zu wissen, wie andere das erklären. Das hilft beim Verstehen. Und dafür können unabhängig von der jeweiligen Situation diese Videos in einer Art hybriden Lernens sinnvoll sein. Trotzdem sage ich, vergessen Sie auch nicht als Alternativen gute Lehrbücher heranzuziehen. Die Auswahl der Inhalte, die wir getroffen haben, ist natürlich nicht die einzig mögliche. Wir haben aber zum einen daran gedacht, dass diese Kurse dazu dienen können, Ansatzpunkte zu dem zu finden, was Sie aus Ihrer schulischen Ausbildung schon kennen und dieses aufzufrischen und zu vertiefen und aber gleichzeitig einige Schritte weiter zu gehen, aus der Kenntnis dessen, was nötig ist, um den Vorlesungen in Physik am Anfang zu folgen, ohne dass man, das ist jedenfalls unsere Hoffnung, an mathematischen Schwierigkeiten scheitert. Nun ist die Frage, wie Sie sich diese Videos erarbeiten können. Der hauptsächliche Ratschlag ist durch Ihre eigene Aktivität. Denken Sie mit und nehmen Sie ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und rechnen Sie nach oder mit. Das wird, wie anfangs schon gesagt, nicht immer leicht sein. Und es gibt einen Brief von einer Schülerin an Albert Einstein, die sich darüber beklagt, dass sie doch so Schwierigkeiten hat mit dem Lösen der Aufgaben in der Schule. Und Einstein antwortet, Sie können ganz beruhigt sein. Er kann ihr nur sagen, dass seine mathematischen Schwierigkeiten größer sind. Das soll Sie nicht entmutigen, sondern ermutigen, dass es sich lohnt, diese Mühe auf sich zu nehmen. Wir versprechen Ihnen ausdrücklich nicht, dass wir mit dieser digitalen Lehrform etwa einen Weg gefunden haben, der das Erlernen von Mathematik oder was auch immer leicht macht. Wer Ihnen solche Versprechungen gibt, ist unehrlich. Das geht so nicht. Aber es soll eine Hilfestellung sein, die zum einen aus diesen Videos besteht und zum anderen aus weiteren Materialien. So haben wir in den letzten Jahren Studenten, denen ich herzlich dankbar dafür bin, meine handgeschriebenen Manuskripte in Lattich gesetzt und als Skript zur Verfügung gestellt, das auch Sie einsehen können und benutzen können. Und zum anderen gibt es Serien von Übungsaufgaben, die Sie lösen sollten, um diesen Stoff zu vertiefen. Dabei sind wir für Kritik und für Anregungen und für die Mitteilung Ihrer Probleme sehr dankbar und wir bitten Sie, diese in entsprechende Kommentare hineinzuschreiben. Abschließend möchte ich noch ein Wort an die verehrten Kollegen richten, die Mathematik als ihre Profession betreiben. Wir maßen uns als Physiker selbstverständlich nicht an, die Mathematik besser lehren zu können als Sie. Und wir wissen wohl, dass bei diesen Kursen die hauptsächliche Argumentationsform des Mathematikers, nämlich der mathematische Beweis, ganz bestimmt aus Ihrer Sicht zu kurz kommt. Wir wissen aber, was wir selbst und was unsere Studenten für den Anfang des Physikstudiums benötigen. Das versuchen wir zur Verfügung zu stellen. Und an Sie, die Studenten, sei gesagt, diese Videos oder was immer Sie von Physikern über Mathematik lernen, ist kein Ersatz dafür, was Ihnen die Kollegen der Mathematik bieten. Erst dort werden Sie lernen, was Mathematik wirklich ist. und insofern ist es nicht unsere Absicht, Parallelwelten zu errichten, sondern lediglich eine Hilfestellung, eine Vorbereitung zu geben, von der wir aus Erfahrung wissen, dass sie auch hilfreich sein kann, wenn Sie dann die Mathematik in der unvermeidlichen Schritt-für-Schritt-Folge studieren, wo jede Aussage auch bewiesen wird. Was ich damit sagen will, ist, dass wir uns in jenem Zwiespalt befinden, den Friedrich Hund, ein namhafter Physiker, der auch an dieser Universität gewirkt hat, in einem Aufsatz aus dem Jahre 1927 so formuliert hat, es gibt einen Zwiespalt oder wir könnten sagen im Sinne von Nils Bohr eine Komplementarität zwischen Handhaben und Verstehen einer Wissenschaft. Wer sie nur verstehen will, wird nie in die Lage kommen, sie zu handhaben und wer sie nur handhabt, der wird sie nicht verstehen. Ich hoffe, dass diese Videos für Sie nützlich sein werden und ich wünsche Ihnen neben dem Erfolg Ihres Studiums auch viel Spaß dabei, wobei dieser Spaß sich nicht von Minute zu Minute einstellt, sondern manchmal erst, nachdem Sie alle Mühen auf sich genommen haben und dann das erleuchtende Erlebnis haben. Jetzt habe ich es verstanden.